Es ist, als würde der Bach dich einladen, deine Ängste und negativen Gefühle auf das Wasser zu legen. Gerne nimmst du dieses Angebot an und verfolgst, wie deine Ängste im Wasser immer verschwommener und weit und immer weiter von dir weggetragen werden. Du kannst die Buchstaben, die die Wörter oder Sätze deiner Ängste ausmachen, ganz verschwommen sehen, wie sie sich im Wasser einfach auflösen und davongetragen werden. Du fühlst, wie du dabei loslassen kannst. Du kannst dir nun die Wörter oder Sätze, die deine Ängste ausmachen, nach und nach vorstellen, in den Bach geben und sie auflösen und davontragen lassen.